Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist ein ARAPLUS-Sattel. Das da ist auch ein ARAPLUS-Sattel. Was die beiden gemeinsam haben und wo die beiden sich aber grundlegend unterscheiden, das erfahrt ihr heute im neuen Video. Viel Spaß! Hier neben mir habe ich einen ARAPLUS-Connect. Connect war bis dato immer so die Sperrspitze von ARAPLUS. Das war das Topmodell im Zersurbereich. Jetzt gibt es aber was Neues. Den anatomischen Ausschnitt hier vorne, den haben wir euch schon mal gezeigt. Das ist cool und das funktioniert auch wirklich gut. Da sind wir euch auch noch ein Video schuldig, das weiß ich. Ich habe bis jetzt nur noch kein passendes Pferd-Reiter-Gespann gefunden, wo wir das wirklich so im Detail testen können. Weil ich meistens alleine unterwegs bin und kommt aber auf jeden Fall noch was dazu. Also ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch schaffen. Dass wir euch da einfach mal ein Vergleichsvideo zeigen können, was der Schulter-Auschnitt wirklich bringt. Denn das hatte ich euch im Video versprochen. Das verlinken wir euch hier oben nochmal. Habe ich im Hinterkopf. Kommt auf alle Fälle noch. Erstmal wieder zu dem Sattel zurück. Also ARAPLUS-Connect. Aktuelles oder bis dato von ARAPLUS Topmodell gewesen. Gibt es als Monoblatt. Gibt es wie hier als Doppelblatt. Mit anatomischen Ausschnitt, ohne anatomischen Ausschnitt. Normales Kissen. Gibt es auch mit einem kurzen Kissen. Wir haben jetzt hier einen schönen mit Krokolack. Um den soll es jetzt aber gar nicht mal unbedingt gehen. Denn es gibt was Neues von ARAPLUS. Und was das ist, das seht ihr jetzt. Ja, ihr habt ihn ja gerade schon mal gesehen. Das ist der neue ARAPLUS-Connect WR. Das WR. Ich schätze mal, es steht für Widerest. Denn die Neuigkeit bei dem Sattel verbirgt sich hier unten drunter. Wir nehmen den gleich mal auseinander. Ich will noch kurz ein bisschen was dazu erklären. Und dann nehmen wir den mal auseinander. Und dann könnt ihr das nochmal ein bisschen besser sehen. Nämlich hier. Da ist das, was quasi so besonders ist bei dem Sattel. Ich hoffe, ihr seht das hier. Es ist wie so eine kleine Platte dahinter. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also, der Connect WR. Was ist denn jetzt hier genau anders? Zum einen ist es diese kleine Platte, die quasi vom Sattelbaum hier einmal quer eingesetzt wird. Das sehen wir aber gleich nochmal. Und das bringt immens viel. Der Hersteller selbst sagt, dass quasi bei einem Test von dem Connect WR im Vergleich zum normalen Connect. Das haben wir beide Anatomikausschnitt. Also beide ziemlich gleich ausgestattet. Aber Connect WR mit diesen Platten hier vorne drin und normaler Connect eben ohne Platten. Wurde gemessen, dass die Pferde im Durchschnitt 20% weniger Belastung im vorderen Bereich haben. Weil der Sattelbaum durch dieses Dreieck, das hier eingespannt ist, quasi von der Auflagefläche vergrößert wird. Ein normaler Sattelbaum geht hier runter, hier zurück. Und beim Connect WR ist der Sattelbaum auch hier normal. Und dann ist eben noch hier diese Dreiecksplatte drin, die einfach den Baum vorne von der Auflagefläche vergrößert. Macht auch Sinn. Also es ist auch naheliegend, dass das funktionieren kann. Ich bin bei sowas immer so ein bisschen skeptisch. Weil ich sage mal, jeder möchte natürlich seine Produkte verkaufen. Und jeder sagt, ich habe das Tollste und ich habe das Beste. Ob es hinterher funktioniert, gerade so im Reitsport. Ja, es gibt viele Versprechen, die dann quasi in der Realität nicht so umgesetzt wurden oder nicht gehalten wurden. Und es gibt aber auch viele Sachen, die gut funktioniert haben. Bei dem Sattel war es wirklich krass. Also ich hatte eine Kundin erst den einen testen lassen. Und dann hieß es, ja okay komm, wir treffen uns nochmal. Wir probieren das nochmal aus. Und dann hatte ich den Sattel dabei, weil ich den bei dem ersten Termin noch nicht hatte. Und dann haben wir den ausprobiert. Und es war wie ein anderes Pferd. Ja, ich kann jetzt natürlich auch viel erzählen. Ja, ich gucke, dass wir da auch wirklich mal ein Vergleichsvideo zu machen können. Denn das wäre nämlich unheimlich interessant. Also ich glaube auch für euch, dass das zum Sehen wirklich cool ist. Aber es war wirklich krass. Also das Pferd ist wirklich nochmal... Man hat es auch als Laie, hätte man das sehen können, dass das Pferd nochmal lockerer läuft. Dass es einfach nochmal ein bisschen gelassener ist. Und dass dieses System, so wie es hier drin verbaut ist, dass es auch wirklich einen Nutzen dem Tier bringt. Wir hatten auch schon Pferde jetzt in der Vergangenheit. Da hätte dieses System glaube ich nicht geholfen. Sondern du brauchst auch schon ein passendes Pferd dazu. Aber bei einem Pferd, wo der Sattel von Haus aus schon sehr gut liegt, holst du mit diesem System hier vorne bestimmt nochmal so die letzten kleinen 10-20% raus. Wenn das Pferd eh vielleicht im vorderen Bereich einfach so ein bisschen vom Gebäude da Probleme hat. Oder da die Sattel sich irgendwie dauernd in die Tiefe ziehen. Oder, oder, oder. Also wenn der Sattel ordentlich aufs Pferd eingestellt ist, bin ich überzeugt davon. Und der natürlich auch zum Pferd passt im Großen und Ganzen. Dass das wirklich ein affengeiles Ding ist. Zeigen wir euch aber gleich nochmal genauer. Was haben wir hier noch? Der Sitz ist quasi ein bisschen weiter ausgespart hier vorne. Also der normale Connect, der geht hier schon so ein bisschen früher wieder hoch. Und der Connect WR, der bringt einem so ein bisschen mehr Sitztiefe. Also du hast das Gefühl, dass du nochmal so ein bisschen tiefer in das Ganze reinkommst. Ich hatte letzte Woche eine Kundin, die hat einen normalen Connect Monoblatt. Also quasi der gleiche Pendant wie dem. Und da sollten wir quasi die Sattelblätter verstellen. Weil du kannst bei dem Connect ja immer die Sattelblätter weiter nach hinten oder weiter nach vorne verstellen. Und bei ihr hast du wirklich gesehen, ihr Bein ist so gefallen, dass quasi hier ja relativ viel Luft noch dazwischen war. Und dann haben wir das Blatt nach hinten gestellt und dann war es auch gut. Dann lag das Bein auch schön dran. So dafür hat dieser Sattel ja die Funktion. Bei dem Connect WR, weil ich ihr in der Zwischenzeit angeboten hatte, wenn sie möchte, kann sie diesen Sattel einfach mal ausprobieren. Hat sie sich reingesetzt und war halt von Haus aus, weil dadurch, dass sie von dem Sattel einfach so ein bisschen tiefer reinkommt vom Sitz, saß sie ein bisschen weiter vorne, ein bisschen tiefer drin und kam mit der Standardeinstellung halt schon perfekt an die Pausche dran. Und dann denke ich mir, ja wow, krass. Also das macht schon, es fühlt sich nicht nur besser an vom Reinsetzen, sondern es bringt auch einen wirklichen Effekt, dass du einfach tiefer und näher ans Pferd kommst. Das Kissen hier hinten ist nochmal ein kleines bisschen überarbeitet worden. Also es hat einen ganz anderen, ja einen anderen Schnitt. Komm mal ein bisschen näher ran mit der Kamera und gehe vielleicht mal ein bisschen tiefer, dass wir hier so auf einer Höhe sind. So, vielleicht noch ein kleines bisschen zurück. Kleines bisschen zurück. So, dass man einfach nur mal das Kissen hier sieht. Das bleibt mal so stehen. Jetzt merken wir uns mal dieses, ja dieses Shape hier sage ich mal, das ist komplett so ab Werk, ohne dass ich es jetzt gepolstert habe oder irgendwie geklopft habe. Wir merken uns mal diese Form. Jetzt lege ich gleich nochmal den anderen drauf, dass wir da einfach mal den Vergleich gucken können. Und da sieht man hier schon, das ist so ein bisschen, ich sage mal leicht eckiger. Es gibt Pferde, da funktioniert das besser und es gibt bestimmt Pferde, da funktioniert das andere System besser. Aber einfach, wenn man sich diesen Bogen hier mal anschaut, verläuft der einfach anders beim alten Connect als beim neuen Connect. So, ich würde sagen, die äußerlichen Details habe ich euch mal gezeigt. Was man auch noch sieht, woran man den Connect WR erkennt, ist quasi das hier unten. Also hier steht einmal Connect WR und hier ist noch eine Akzentfarbe mit drin, die sich dann auch eben im Keder wiederfindet und einmal hier hinten am Keder oben langläuft. Bis dato war es ja so, dass wir einfach hier eine Farbe drin haben und hier hinten eine Farbe drin haben beim Connect. Das ist bei dem nach wie vor genauso, aber beim Connect WR kommt eben diese zweite Akzentfarbe hier, hier und hier dazu. Den gibt es sowohl als Mono, also wie wir ihn hier haben, als auch als Doppelblatt. Auch wieder mit Anatomic, ohne Anatomic, normales Kissen, kurzes Kissen. Aber die wirkliche Magie und was da jetzt anders ist bei dem Sattel, das schauen wir uns jetzt mal am Arbeitsplatz an. So, dann schauen wir uns das mal an, weil ich habe es auch auf der Messe, auf der Spoga wurde es mir gezeigt, da konnte ich es mir anschauen. Da war ein offener Baum da. Wir müssen mal gucken, wie gut wir da jetzt wirklich rankommen. Aber das sollte eigentlich mehr oder minder auf den ersten Blick sichtbar sein. So, das Kissen lösen wir hier vorne. Das ist jetzt auch noch keine große Magie. Ja, da sieht man es schon direkt. Komm mal her. Das ist die Platte, die hier eben mit dran gebaut ist. Die ist hier angeschraubt, geht hier rüber, hier rüber und ist da mit dran. Und dadurch hast du einfach, das Kissen wurde dementsprechend noch überarbeitet, dass es hier quasi alles einen Platz findet. Es ist hier noch so ein kleines Extratäschchen dabei, wo diese Platte dann reinschlupft. Und dadurch hast du halt einfach eine viel, viel größere Auflagefläche im vorderen Bereich. Und ja, das bringt auch wirklich was. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, jetzt gerade, gestern hatte ich ein Pferd, da haben wir keinen Unterschied gemerkt. Deswegen sage ich schon, man braucht da auch das passende Pferd dafür, dass du wirklich dieses volle Potenzial rausholst. Also da haben wir auf den ersten Blick keinen Unterschied gemerkt. Aber trotz alledem, selbst wenn man jetzt den normalen Connect testet und den Satellier testet, alleine für das Verständnis, sage ich mal, könnte man trotzdem theoretisch, ich meine, der ist ein paar Euro teurer, ja, steckt mehr Technik drin. Aber trotz alledem haben wir ja eine größere Auflagefläche. Und vom Prinzip eine größere Auflagefläche, wo der Druck auf die, der gleiche Druck auf eine größere Fläche verteilt wird, ist immer besser, als einen Sattel zu haben mit einer kleineren Auflagefläche. Macht Sinn, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war mal wieder ein bisschen informativer heute. Und wie gesagt, ich bin dran, dass wir das nochmal am Pferd uns anschauen können. Ich hoffe, das wird dieses Jahr noch was. Ich möchte es nicht versprechen, aber es sollte auf jeden Fall zeitnah ein Video dazu geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne was in die Kommentare unten reinschreiben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr von dem System haltet. Ich finde es super. Also meine Erfahrungen bis jetzt waren wirklich rein positiv. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020